Das Ergebnis, um es auf den Punkt zu bringen, ist, dass zwei Bilder zurückgegeben werden, die sich Frau Zirkel aussucht und ihre Vertreter aussuchen und dass drei Bilder hier im Leopold-Museum bleiben. Also man könnte sagen, eine salomonische Lösung. Sie haben sich bisher immer gegen eine Naturalrefinition gewährt. Der Erbin ist es immer um die Rückgabe der Zeichnungen gegangen und nicht um einen Geldbetrag. Also es lag Ende des Jahres ein Angebot auf dem Tisch, das sehr hoch war. Und ich sage Ihnen jetzt eine Fantasiesumme, auch wenn jetzt 20 Millionen geboten wären, würde die Erbin das nicht annehmen. Sie hat sich nicht für das Geld interessiert. Sie wollte die Zeichnungen haben. ... von Geschwindigkeit dieser Streit, ist es die neue künstlerische Direktion, die da zwischen München, in der Fall nicht mehr erlebt wird. Die Rechte, das hat fast geboten. Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende Punkt gewesen? Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr emotional bin. Und einfach, mir ist das so sehr am Herzen gelegen, dass die Erbin das noch erlebt. Und das ist für mich die größte Freude eigentlich an dieser Lösung. Und das ist für mich die größte Freude eigentlich an dieser Stelle.